Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder Notruf Hamburg als Polizist. Lasst vorab ein Like und ein kostenloses Abo da, es hilft dem Kanal wirklich weiter. Und nun, let's go! Oh, let's go! Der Täter ist noch vor Ort. Hoffentlich bekommen wir ihn rechtzeitig. Da ist er! Und let's go! Ja, wir haben ihn. Ab zum Knast bevor er noch verlässt oder so. Als hätte ich es nicht erwartet, natürlich verlässt er. Egal. 30 XP für uns und längere Knastzeit für ihn. Was geht denn jetzt hier ab? Riesensperre oder was? Oh Gott, oh Gott, was machen die hier? Egal, lasst mich bitte einfach durch. Ihm müssen die immer schießen? Der eine Polizist hat mich nicht ohne Grund durchgelassen. Genau wie hier. Genau das gleiche. Haha, let's go! Die haben wir schon mal. Jetzt nur noch das Geld konversieren für bisschen XP. weiter geht's auf Streife. Niemals, als ob ich den bekommen habe. Ich wette mir euch, dass der Kollege verlassen wird. Der sollte mal Schreiben üben. Erst Digger falsch geschrieben und jetzt noch Lass. Das sind schon Gründe, warum ich ihn nicht lassen sollte. Oh, oh Gott! Oh, oh Gott! Oh, oh Gott! He needs some milk! Oh, oh Gott! Oh, oh Gott! Oh, oh Gott! euch schon von 5 Meter sieht. Na endlich. Man ist das laut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach nö, nicht schon wieder. Im Hallo, ja sorry kann ich einmal durch. Na endlich geht doch. Wie sind die so schnell weg, hey. 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 Und sein Name ist John Cena! Oh! Somebody! Oh! He needs some milk! Boom! Bam, bop, bada bop, boom, pow! Ja, okay, ich habe ihn ein bisschen provoziert, dass er mich schlägt. Aber ich kann auch Andy glauben, dass es so einfach war. Es hat bisher noch nie geklappt, haha. Da, ich habe ihn übet, scheine Ahnung. Nein, ich habe ihn übet. Oh! 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 Bis zum nächsten Mal.